So, Halli Hallöschen! Herzlich Willkommen zu The Rock Galactic! Ja, und die Leute mit denen ich unterwegs bin. Ja, die Leute mit denen ich unterwegs bin. Die sind schon ganz heiß und haben sofort die nächste Mission. Ja, schon. The Egg will appear on the terrain scanner. Hold up to you. Nee, ich hab jetzt aber keine Ahnung was wir hier machen müssen. The Egg will appear on the terrain scanner. Hold up to you. So, ähm, ja. Gehen wir runter. Willst du denn hier nicht rein? Okay. Okay. Ups. Find X, keine Ahnung, Find X. Ich geh hier mal runter. Okay, das können wir runterfahren. Das brauchen wir. Sehr schön. Das brauchen wir. Sehr schön. Was haben wir hier? Gold. Jetzt bin ich wieder in der Höhle zurück. Okay. Blutband. Ich schätze mal, die sind da unten lang. Ja, die sind da unten. Ja, die sind da unten. Ja! 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 Und liefern. So, sehr schön. Haben wir. Sieht voll krippig aus, ja? Ja! Komm her! Komm her! Wie geht es denn hier weiter, dass wir da kommen? Ja! Ja! Wo wollen wir denn jetzt hin? Wo wollen wir denn jetzt hin? Sag mal einer! Da hoch! Da hoch! Wo ist denn da hoch? Hier! Okay! Und jetzt? Ja! 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 Loser! Ja! Na! Ja! Na! Ja! Ja! . 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 Das war's. Das war's. Quick! All legs collected, management will be pleased. Escape pod button is activated. All use creatureing out. Wipe out the rest and get on with it. Stand back, supply car inbound. Get Exploits! Die like your mother did! Careful! No, it lingers! Bloody hell, you're hunting me! Drop pod en route, hang in there. Drop pod arrived. Mule is returning to LZ. Follow the news! Drop pod departing in T-minus five minutes. Shoot. No problem. I'm so sorry. 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 Das war's! 10 Minuten Kompleted ja schön den luft claimable perks, dann claim ich mal hier perks, so Closer, accessory job, so ist das hier Party head, naja, auch party head, komm, scheiß auf victory move Skimm Craller, total düster so, ok, weiter, was ist das hier, switch to scout ich will aber nicht zur scout switchen high velocity rounds lustiger, was sagt meine Ausrüstung, muss jetzt Stu 5 sein Zippelgun, Schildgenerator, Pickachse, High intense flare burning duration, the flare lasts longer ist so schön, wohl mit der hier noch, kann man nicht, close, close alright, Drohne Modifikation, was kann man denn hier machen, Bosco so, extra revive, one extra revive kit to bring back to action improves Bosco's capillinium to mine minerals dirt and any kind of terrain, come here locket die ach so, da muss ich erst hier diese, da muss ich erst hier, alles klar dafür brauche ich noch so eine röhne roten Interessante was haben wir hier noch gar nix, hier, gar nix Assignment Board was machen wir hier, was ist das, New Items Mineral Trains oder das owl Nein wie alt kalo Tamam Haarfarbe braun, da hier, Bismarckschnauzern, Kopfschmuck, das ist hier, Fortsch, okay, deep dives, we must promote, und Kiewa noch aus wie das funktioniert, gut, ja, das Spiel macht, fehlt's, was machen wir jetzt, machen wir jetzt weiter, machen wir jetzt nicht weiter, also ich wollte noch mal gucken, Chat, 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 Schaut, Salute, Push-to-Torque, Laser-Punkte, Air Force, Atomovement, Flare, Granater-Reload, ja, keine Ahnung, wie man hier chatten kann, vielleicht muss man auch erst eine Stufe haben oder so, oder so, keine Ahnung, gut, okay, ja, dann machen wir jetzt erstmal in dieser Folge hier Schluss, und schau mal, wie es bei der nächsten dann eventuell weitergeht. Bis dahin, vielen Dank für's Zuschauen und Cheerio! Bis dahin, vielen Dank!